Ja, das ist scheiße. Auf! Man darf ja gar keine Buchstaben schreiben. Ah! Matthias, ein wenig streichen muss ich nix. Elf? Ja, anders. Springbok! Schwein! Was ist denn das? Ein Schwein? Nein. Nein. Wollen nicht? Was ist denn ein Stein? Wagen. Rad. Schweine? Nein. Kleinen Tipp können wir geben? USA? USA? Ja, aber das ist kein Schwein. Was gibt's denn? Sonne? Drehkreuze. Das sieht aus wie ein Schwein. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie über Chicago, über Chicago Bulls dahin kommen.